Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallöchen und willkommen. Ihr seid hier beim Tele-Stammtisch und wir besprechen heute den neuesten Nicolas Cage-Film Dream Scenario, in dem es um Träume geht. Dream Scenario ist der neuste Film von Regisseur Christopher Borgli und wird am 21. März in Deutschland anlaufen, lief aber bis dahin auch schon bei diversen Fantasy-Filmfests. Mein Name ist Schlogger und ich bin auch nicht alleine, denn in meinen Träumen tauchen heute gleich zwei von meinen KollegInnen auf. Und zwar MJ. Hallo MJ. Hi. Und Rino ist auch dabei. Hi Rino. Hallo. Wir kennen uns ja tatsächlich schon ewig aus Künstlerkreisen, aber heute besprechen wir das erste Mal zusammen einen Film. Total cool. Ich freue mich drauf. Und ich sage schon mal vorneweg, wir haben beschlossen, dass wir höchstwahrscheinlich nach unserem Fazit einen kleinen Spoiler-Teil machen werden, weil wir den Film da ein bisschen genauer besprechen werden wollen. Sollte auch nicht zu lang werden. Einfach nur so ein paar brennende Punkte ansprechen. Bis dahin wird aber alles spoilerfrei bleiben. Das heißt, bis zum Fazit könnte der Ball bleiben und danach werde ich es nochmal ankündigen und dann werden wir ein bisschen tiefer in die Materie reingehen. Aber zuerst, MJ, kannst du uns denn mal sagen, um was es in dem Film Dream Scenario überhaupt geht? Also in Dream Scenario spielt Nicolas Cage Paul Matthews, der ein mittelmäßiges Dasein als Dozent und Familienvater fristet, bis er über Nacht durch ein unerklärliches Phänomen in den Träumen unzähliger Fremder auftaucht. Dadurch wird Paul, dem die Aufmerksamkeit sehr gefällt, zu einer Berühmtheit. Er möchte diesen Glücksfall zu seinen Gunsten nutzen, bis die Träume allerdings dann zu Albträumen werden. Das ist so die Zusammenfassung. Ja, das fand ich schon. Ich habe, glaube ich, vorher nur kurz durchgelesen, so angeteasert, mich beim Trailer lassen, um was es da geht und war gleich direkt hooked. Wie ist es denn bei euch? Jetzt mal kurz vom Film weg. Wie steht ihr denn zu Nicolas Cage? Mögt ihr den? Findet ihr, er ist ein guter Schauspieler? Was hältst du von ihm? Fang du mal an, Reno. Da muss man ja eigentlich fast ein bisschen ausholen und gucken, wo Nick Cage gerade im Gesamtkunstwerk Nicolas Cage sich befindet. Also wir hatten den ja zu seinen Anfangszeiten als wirklich in tollen Filmen aufgetreten wie Adaptation. Dann war diese Actionheld-Phase so ein bisschen in den 90ern mit Face-Off und Con Air und The Rock und alles. Das würde ich so Peak Cage nennen, glaube ich. Dann noch so ein bisschen irgendwo dazwischen die Romanzen-Phase und dann so ein bisschen das dunkle Zeitalter irgendwann, wo er sich dann erst später auch rückblickend mit Ghost Rider und so halt eher nicht so ganz sich die besten Filme rausgezogen hat, sagen wir mal, um damit zu wirken. Und dann auch im Internet so ein bisschen zu einem Meme geworden ist und mittlerweile würde ich jetzt schon fast wieder sagen, sind wir in der postironischen Phase Cage, wo zumindest ich seit, ich glaube der Auslöser war damals Color Out of Space, wo ich jetzt nicht mehr trotz Nicolas Cage mir Filme anschaue, sondern wegen ihm. Ja, wie geht's denn dir MJ, wie stehst du denn zu Nicolas Cage nach der ausführlichen Ausholung von Rino jetzt? Ja, das ist total interessant, denn ich glaube Rino ist da tatsächlich viel bewanderter als ich, weil bei mir ist er echt in den 90ern hängen geblieben mit der Actionphase. Und da habe ich ihn ehrlich gesagt auch nicht mehr so für voll genommen als Charakterdarsteller. Ja, Leaving Las Vegas war natürlich ein Megafilm, da habe ich ihn tatsächlich unheimlich stark empfunden, aber danach habe ich wenig Filme, wie gesagt, dann noch, ich glaube, was war das andere? Face Off, glaube ich, gab es auch noch, ne? Mit John Travolta. Ja, ja. Ja, Face Off. Ja, 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 genau. Ganz schlimm. Das ist auch Peak Cage. Peak Cage. Ja, und ich war so, als ich den Trailer gesehen habe zu Dream Szenario, erstmal fand ich den ganzen Plot, der sich da aufgebaut hat, schon im Trailer habe ich gedacht, okay, das ist ja ein skurriler Film. Und dann habe ich so gedacht, und Nicolas Cage, so wie der jetzt aussieht in dem Film, mega. Also jetzt ist er für mich ein Charakterdarsteller und daher war ich super neugierig. Wie sieht er denn aus für die Leute, die den Trailer nicht gesehen haben in dem Film? Ja, so ein Bold Man, ne? Also der hat, wie nennt man das, so eine Mönchs... Wie nennt man das denn? Mönchsfrisur? Wie nennt man das denn? Also Platte und drumherum so ein Kranz, ein Kränzchen. Ja, nicht absichtlich, ne? Also so wie das Alter, würde ich sagen. Genau, also er ist jetzt untersetzt und ja, trägt Brille und spricht auch nasal und ist jetzt nicht gerade irgendwie so ein Womanizer. Ist jetzt nicht der Typ, der so in seinen besten Jahren und auch das Beste aus sich gemacht hat tatsächlich. Also er ist schon, ja, er ist schon mittelmäßig, ja, unterwegs. Ja, das passt ja auch zum Film. Wo wir bei der Optik sind von ihm. Kennt ihr den, die Quelle der Idee? Das Internet-Creepypasta-Meme? Nein. Dem, was zum Runde liegt? Oh, erleuchte uns. Das war so 2009, glaube ich. Da ist im Internet eine Webseite aufgetaucht mit so einer Art Fahndungsfoto. Und da war ein Typ drauf, den anscheinend die Leute in ihren Träumen sehen. Genau wie jetzt hier in der Handlung von dem Film. Und das ging dann darum und ist damals viral gegangen. Und diese Figur auf diesem Foto, das ist halt wirklich so ein zusammengestückeltes, ich glaube tatsächlich mit so Fahndungsfotosoftware zusammengesetztes Bild von einem Allerweltstypen mit genau derselben Frisur, wie Cage sie jetzt in dem Film hat. Aber halt dann auch nochmal mit so dicken Augenbrauen ohne Brille. Aber das Konzept ist exakt dasselbe. Und das hat sich dann später als Marketing-Stunt erwiesen. Krass, nee, das wusste ich nicht. Spannend. Ja, ich sage auch noch kurz noch was zu Nicolas Cage. Danke, Rino. Erstmal, ich bin gerade total faszinierend, weil ich mich dann auch fragen würde, habe ich von dem schon mal geträumt? Und dass man sich daraufhin dann einbildet, von diesem Menschen zu träumen, weil das Bild eben dann im Kopf hängen bleibt. Aber es ist ja echt krass, dass das eine wahre Geschichte quasi ist. Also nicht wirklich, aber so ein bisschen. Und wie cool, dass sie es eben dann auf diesem Bild dann so ein bisschen beruhen haben lassen, sein Charakterdesign. Es wird auch einmal kurz erwähnt im Film. Es gibt eine so eine Wegwerflein, wo sie Kurzbezug drauf nehmen. Ach echt? Das ist mir auch nicht aufgefallen. Weißt du die noch? Ja, sie nennen es nur, glaube ich, ein Internet-Meme von, ein altes Internet-Meme, wird einmal kurz erwähnt. Ja, also Internet-Meme, man kennt Nicolas Cage, also hier aus The Wicker Man zum Beispiel, die Line, No, not the bees. Weil er da eben ja auch nicht so krass geschauspielert hat, beziehungsweise irgendwie überzogen geschauspielert hat. Das ist der eine Nicolas Cage-Film, den ich mich weigere zu gucken, weil ich es original so gerne mag vom Wicker Man. Ja, ich habe ja beide noch nicht gesehen tatsächlich, weil ich ja Horrorfilme, wisst ihr ja, bin ich der größte Fan. Aber die Line kenne ich dann trotzdem. Also das ist mir auch schon über den Weg gelaufen. Und ich habe ihn jetzt aber in, also in Adaptation natürlich fand ich ihn großartig. Und ich hatte jetzt hier bei Dream Scenario, war ich wieder so ein bisschen erinnert an den Adaptation Nicolas Cage. Also eben auch Charakterdarsteller und so ein bisschen auch skurriles Setting. Ich meine, wir kennen ja Charlie Kaufman, das ist sowieso ein bisschen verrückt alles. Und so ein bisschen in die Richtung habe ich dann gehofft, dass der Film hier, den wir da gesehen haben und jetzt gerade besprechen, dass der auch so wird. Auch eine interessante Frage. Was würdet ihr denn sagen, welches Genre der Film ist? Was sagst du denn, MJ? Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht? Ja, tatsächlich, weil er wird ja als Komödie betitelt. Ich glaube irgendwie, ich glaube irgendwo habe ich sogar mal gelesen, Horrorkomödie. Also Horror-Elemente fand ich da jetzt kaum. Nee, also Horror würde ich das nicht nennen. Komödie auf jeden Fall. Aber ich finde tatsächlich, es wird dann auch zum Drama. Also ich fand, das war jetzt nicht eine reine Komödie, die sich durchgezogen hat, solide durchgezogen hat bis zum Schluss. Ja, ich finde es super schwer einzuordnen. Ich habe ihn auch, den Trailer habe ich auch als Komödie gelesen irgendwie, habe mich auch darauf eingestellt so ein bisschen. Und das war dann schon anders. Also der Ton ist schon, also der wird immer aufgelöst wieder durch witzige Szenen. Und vor allem halt so dieser Fremdschäm-Humor, der da auch so ein bisschen präsent ist. Wenn man Probleme hat mit so Fremdschäm-Szenen, wie zum Beispiel meine Freundin, die sowas ganz schlecht gucken kann, dann würde ich sagen, Vorsicht tatsächlich. Aber ich kann den Horror-Teil tatsächlich ein bisschen nachvollziehen, weil diese Traumsequenzen schon sehr unheimlich inszeniert sind, fand ich. Ich fand also auch die normalen Traum-Szenen im Prinzip, es sind ja nicht alle Traum-Szenen inhaltlich gruselig, aber die sind immer sehr ruhig dann plötzlich und irgendwie ominös inszeniert, eigentlich durchgehend. Ja, so ein Gefühl hatte ich auch. Ich fand auch erstmal total cool, das bietet sich bei so einem Film ja an, dass du in den Träumen ganz viele verschiedene Settings machen kannst und dadurch verschiedene, also der eine ist actionlastiger, der andere ist irgendwie psychotisch. Und das fand ich cool, dass die ja auch wirklich in die Vollen gegangen sind, hatte ich zumindest den Eindruck. Und es war, wie ihr beide angehört habt, es fühlte sich einfach so, man fühlte sich so unwohl bei manchen von diesen Träumen. Aber das hat sich irgendwie beklemmend angefühlt und als, ich wusste vorher nicht, dass der Film von Ari Aster produziert ist und als ich das dann am Ende beim Abspann gesehen habe, dachte ich, ah, das passt zu diesem Unwohlsein, die manche von diesen Träumen und Teile des Films dann bei mir auch erzeugt haben. Also ich hatte tatsächlich auch manchmal Angst, muss ich sagen. Ah, interessant. Ja, fand ich auch. Ich fand das auch, dass man dann, ja, bei Ari Aster habe ich auch gedacht, ah, okay, alles klar. Weil da reiht sich das sehr gut ein, finde ich, in diese A24-Aster-Filme. Einfach durch, ja, diese beklemmende Stimmung, die die, also die Inszenierung von den Träumen ist halt auch ganz anders als der Rest vom Film dann. Und obwohl es manchmal so ein bisschen zusammenfließt, also es wird ja auch ein bisschen damit bespielt, manchmal ist man sich jetzt nicht hundertpro sicher, ist es jetzt ein Traum gerade oder nicht? Und je nachdem löst es sich dann anders auf. Aber ja, die Frage zum Genre finde ich dann immer noch mega schwierig, weil es ja auch irgendwie fast mehr so eine Sozialkritik ist, auch so zum größten Teil. Hattest du denn von dem Regisseur den Film davor gesehen, Sick of Myself? Nein, ich kenne ihn gar nicht tatsächlich. Okay, weil ich kenne den tatsächlich auch nicht. Ich habe mir jetzt hier in Vorbereitung nochmal einen halben Trailer angeschaut, nur den halben, um kurz zu verstehen, um was es geht. Und die andere Hälfte nicht, weil wir den Film hier bald noch besprechen möchten in der Reihe Sissi, Nepasi und Kritik, wo wir ja versuchen, Filme so zu analysieren. Und da wollen wir den Film als nächstes besprechen, deswegen wollte ich ihn nicht ganz kaputt machen. Aber mir wurde gesagt, dass der auch ein ähnliches Thema hat, also dieses Thema Aufmerksamkeit oder Kritik an der Konsumgesellschaft, die so ein bisschen neurotisch ist. Du hast ja, als wir danach darüber gesprochen hatten, Rino, auch gleich gesagt, für was denn der Film so als Metapher ein bisschen stehen könnte. Weißt du noch, was du da gesagt hattest? Ja, vor allem, weil ich ja eigentlich mit ein bisschen was anderem gerechnet habe. Also es geht ja im Vordergrund hauptsächlich nicht um dieses Wie und Warum von dem Phänomen, was da auftritt. Also wenn man das erwartet irgendwie, dass das das Kernmystery ist von dem Ganzen, dann ist man glaube ich, ich weiß nicht, ob man enttäuscht ist, aber es wird schon, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, warum jetzt Nick Cage in den Träumen von anderen Leuten auftaucht, sondern es geht darum, was das für Auswirkungen hat, nicht nur auf ihn und seine Psyche, sondern auch auf die Leute um ihn herum und wie er dann damit umgeht. Also dieses Im-Mittelpunkt-Stehen plötzlich, obwohl man da nicht der Typ für ist, obwohl man auch gar nichts dafür so richtig gemacht hat und er vom Charakter her auch jemand ist, der nichts erreicht hat im Prinzip, was er wollte. Und dann geht es vielmehr darum, wie man sich selbst sieht, wie man gesehen werden möchte und dann ganz, ganz viel auch um so Social-Media-Dynamiken, fand ich. Also das ist ja auch nicht nur Subtext und rein interpretiert, da sind Worte wie Canceln und Culture Wars und TikTok und so weiter, die fallen da ganz vordergründig im Film und sind mit Hauptthema und darum geht es eigentlich. Ja, das fand ich auch interessant, weil ich im Film manchmal dachte, oh, was bin ich klug, ich habe verstanden, dass der Film mir zeigen will, dass es um, keine Ahnung, Influencer geht, die, also es gibt sicher Influencer, die viel, also es gibt viele Influencer, die viel Arbeit investieren, aber es gibt halt auch Leute, die einfach so in Anführungszeichen Stars geworden sind. Und ich dachte, ich habe mich für wahnsinnig klug gehalten, dass ich durchschaut habe, dass der Film mir das erklären will und dann hat der Film es aber selbst benannt und dann dachte ich, okay, ich bin jetzt doch nicht mehr schlau, weil der Film möchte das ganz klar machen, wie du es eben auch gesagt hast gerade. Hast du da auch drüber nachgedacht, MJ, über die Thematik? Ja, ich musste ja dann relativ zügig los, deswegen konnten wir uns jetzt gar nicht darüber so unterhalten, deswegen freue ich mich, wenn wir das dann nochmal ganz zum Schluss ansprechen. Im Spoiler-Teil, wenn ihr wollt, können wir, habt ihr denn noch irgendwas, was ihr sagen möchtet, bevor wir zum Fazit und dann zu einem Spoiler-Teil springen, dann möget ihr das Tipp zu jetzt nennen. Also nee, ich würde jetzt, also ich finde, soll ich jetzt das Fazit machen eigentlich? Es klingt so, ich hätte dir nichts zu sagen. Nee, nee, ich habe was zu sagen, ich will nicht nur die ganze Zeit labern. Ach du hast es, oder nicht, Rino? Okay, nein, wieso, Rino, wir lauschen doch gerne deiner wunderschönen Filme. Genau. Okay, Rino, du möchtest also noch was sagen, habe ich gehört. Dann nenn du doch bitte das, was du sagen möchtest und danach kommen wir vielleicht direkt zu dem Fazit, außer du stößt jetzt die krasse Diskussion an. Ich bin gespannt, hau auf. Oh ja, los, Rino. Also ich finde halt einfach den Film wahnsinnig sehenswert, einfach nur schon für die Abstrusität von dem ganzen Szenario und das Schauspiel von Nicolas Cage. Sowohl für Leute, die Fans sind oder die Cage gerne sehen und auch die, die ihn jetzt eben schon eine Weile nicht mehr gesehen haben und vielleicht noch ein Bild von ihm im Kopf haben, was dann ganz anders ist auf jeden Fall als das, was er da präsentiert. Und ich finde den Film tatsächlich auch wieder so ein Film, wo Cage irgendwie perfekt ist für die Rolle. Also ich kann mir den schwer vorstellen mit jemand anderem in der Hauptrolle. Ich finde, das macht er super und nur schon deswegen finde ich ihn sehr, sehr entswert. Okay, das klang aber auch ein bisschen nach einem Fazit, oder? Ja. Ja, ein bisschen. Ein bisschen? Okay, dann. Ich dachte, wir sind beim Fazit jetzt. Ja, das ist doch gut. Dann MJ, was hast du, wie fandst du den Film? Ja, ich fand den auch, ich fand das auch, ich fand den an sich auch sehr gut. Ich fand das ja zum Schluss oder auch so ab dem Mittelteil fing er dann an, sich so von diesem Zentrum auch zu entrücken und dann so eine Mehrglasigkeit reinzubringen und das fand ich dann ein bisschen schade, weil er so stark angefangen hat und dann so ein bisschen schwächer wurde, aber das können wir ja dann nochmal in dem Spoiler-Bereich nochmal besprechen. Aber nichtsdestotrotz finde ich ihn auch sehr sehenswert und ich finde das auch jetzt, ich habe letzte Woche Poor Things gesehen und ich mag einfach, dass da so eine, dass eine andere Erzähltechnik mal angewandt wird, dass auch mal, ja, andere Metaphern benutzt werden und dass es nicht so eine stringente und auch klassische Erzählweise ist, sondern dass man merkt, da ist viel Kreativität, die da jetzt in diesen Filmen steckt. Von, ja, jungen oder jüngeren Regisseuren und europäischen Regisseuren auch, daher definitiv auf jeden Fall, ja, sehenswert. Also Empfehlung von euch beiden, genau, weil du sagst, europäischer Regisseur, der junge, der Herr Borgli ist nämlich ein Norweger, der erste Film ist auch im Originalton auf Norwegisch übrigens, den könnt ihr, soweit ich weiß, also Sick of Myself, könnt ihr auf Mubi angucken, da kann man auch eine Woche einen gratis Zeitraum, kann man den testen. Deswegen hier die Empfehlung, obwohl ich noch nicht gesehen habe, aber er wurde mir empfohlen. Mein Fazit zum Film, was mir an solchen Filmen total gut gefällt, die nehmen sich eine Idee und der exerziert ihn bis zum Ende gut durch. Also ich fand, der hat aus der Grundidee, die er hatte, die er anscheinend auf diesem Internet-Meme basiert, hat der für mich sehr rund auseinandergenommen und einen sehr runden Film da drum gestrickt. Der hat auch keine Längen für mich und mir hat er dadurch viel Spaß gemacht. Ich fand auch Nicolas Cage großartig. Er zeigt hier, dass er die Dramen, wie du auch MJ schon angedeutet hast, das Drama von einem Mann, der mehr erreichen möchte, der cooler und toller sein möchte, als er am Ende dann sein kann. Oder als er es irgendwie schafft, aus irgendwelchen Gründen. Ich fand, am Ende hat mich auch ein bisschen was gestört, aber das habe ich einfach hingenommen, weil ich dachte, ja okay, mach das jetzt einfach, passt schon. Der Rest des Films hat mir total gut gefallen, obwohl es, wie gesagt, ein kleines bisschen gruselig war, hat aber zum Film gepasst. Und auch die anderen Menschen, die man in dem Film sieht, die anderen Rollen, die fand ich gut. Und es war ein Film, der eben nicht nur seine fantastische und skurrile Idee durchspielt, sondern der eben auch die Menschlichkeit und was war vorher noch, was sagte ich noch, diese neurotische Konsumgesellschaft irgendwie ganz gut und satirisch darstellt. So, von mir also auch eine Empfehlung. Das heißt, ihr kriegt hier dreimal eine Empfehlung vom Tele-Stammtisch, ist das nicht was. Geht doch am 21. März rein, ab dem 21. März und bestätigt uns dann alle. Dankeschön. Wir werden jetzt einen kleinen Spoiler-Teil machen. Das heißt, alle, die wirklich gar nicht gespoilert werden wollen, die mögen gerne ab jetzt abschalten und mal schnell dahin huschen, wo es Likes gibt oder auf unserer Webseite tele-stammtisch.de. Ihr seid jetzt gewarnt. Achtung, Spoiler, Spoiler, wir fangen jetzt mit dem Spoilern an. So, MJ, du klangst in der Vorbesprechung so, als würde dir was auf der Seele brennen, das du besprechen wolltest. Was ist das denn? Ja, und zwar genau, ihr habt das offensichtlich nicht so empfunden, aber ich hatte das Gefühl, der zerfleddert so ein bisschen, so Mitte, gegen Ende, weil sich dann halt auch die Konzentration irgendwie nicht mehr auf ihm so konzentriert, also die Konzentration nicht mehr bei ihm liegt, sondern okay, was hat man als kapitalistischen Geschäftszweig daraus jetzt noch geschlagen? Irgendwie, also wie dreht sie, wälzt sich weiter? Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil er auch als Figur einfach nichts wirklich dazugelernt hat, sondern er ist einfach mit dem Strom weiter geschwommen. Und naja, und das fand ich halt irgendwie ein bisschen schade tatsächlich, weil ich schon gehofft hätte, dass da jetzt irgendwie, dass man bei ihm bleibt, aber so richtig geblieben ist man nicht bei ihm nicht, sondern man hat ihn dann nur noch so trischiert. Was meinst du denn dann konkret? Also was wir hier, wo wir ja schon spoilern, wir erfinden, es passiert ja dann, dass sozusagen, um jetzt in dieser Metapher-Sprache zu bleiben, so ein Shitstorm und ihn entsteht, weil die Träume immer brutaler werden und er dann von einem passiven Bystander zu einem, er wird quasi der Mörder. Und deswegen wird es sehr unangenehm. War das schon das Zerfleddern, was du meintest oder das danach? Danach, also dass er sich, dass er sich auf nichts mehr, also er ist ja auch klar ein Opfer, also da fand ich, da war so eine, da konnte sich das nicht so ganz entscheiden, wie man das jetzt so zeigen wollte, weil einerseits wurde er, also er war ja nie wirklich ein Sympathieträger, aber er wurde dann halt auch unsympathisch, weil er sich einfach so trotzig dem Ganzen entgegengestellt hat, obwohl es sicherlich auch ein anderes Handeln hätte geben können, dass das alles ein bisschen gesoftet hätte. Also er hat sich so ein bisschen ins Aus geschossen, die Aggressionen haben immer mehr zugenommen, dass er sich nicht reflektiert hat, fand ich, fand ich irgendwann, also kann man so hinnehmen, aber fand ich dann halt, ja. Hat dir nicht gefallen. Wie fandst du das denn, Rino? Ich war halt nicht sicher, also vielleicht könnt ihr mir da helfen, weil es war ja ein großer Punkt am Anfang, dass alle erzählen, dass er in diesen Träumen einfach auftaucht und nichts tut und das ärgert ihn ja total, weil genau so ist er halt im Leben und so möchte er in seinen Träumen nicht sein. Und dann gibt es aber plötzlich den Punkt, wo das umschwingt und er aktiv wird, aber ich bin mir nicht sicher, was jetzt da der Auslöser war. War das in ihm etwas, was sich verändert hat? Das war ja nach der Szene auf der Couch, aber da habe ich auch nicht verstanden, warum er in ihren Träumen dann ja auch schon aktiv war irgendwie, also auch schon anders plötzlich. Also da wird plötzlich diese Regel gebrochen und ich bin mir nicht sicher, warum. Okay, die Wut nicht, also wenn ich nur kurz, weil ich das mich auch kurz gefragt habe, aber eigentlich ist das ja, er hat vorher Sex mit seiner Frau. Vor was? Bevor er diese Frau, diese junge Frau trifft. Genau. Bei der Agentur. Also er selber fühlt, er kriegt ja jetzt eine Art Selbstwirksamkeit, dadurch, dass er in den Träumen anderer Menschen vorkommt. Zwar ist er immer noch passiv, aber er ist berühmt und dadurch kriegen die ja mal kurz irgendwie so einen sexuellen Drive miteinander. Und dadurch fühlt er sich halt wieder als Mann. Ja, das stimmt. Und dann kriegt er diesen sexuellen Drive. Das passt. Und nachdem er so gebrochen wird in dieser Szene, die wirklich für mich, weil du sagtest ja deine Freundin, kann das mit diesen Fremdscham-Szenen nicht. Ja. Und ich habe da wirklich gesessen, ich weiß nicht, was ich schockere, ob es dir aufgefallen ist, aber ich habe wirklich die Augen stellenweise verdeckt, weil ich konnte das so schwer ertragen, diese Szene. Und ich fand das großartig, weil der hat ja einfach draufgehalten, weil das war für mich der eigentliche Horror an dem Ganzen. Absolut. Um kurz zu erklären, über was wir sprechen. Ja. Er ist ja immer dieser passive Nebenstern, der einfach nur dasteht, wie ihr schon gesagt habt, das stört ihn auch wahnsinnig. Und dann trifft er in dieser Agentur, die ihn vermarkten will, auf eine Frau, die sagt, oh nee, sie stehen nicht nur rum und erklärt ihm dann, dass es für sie eine sexuelle Fantasie ist, wie er dann aus dem Dunklen auf sie zuläuft und sie dann aktiv, also nicht vergewaltigt, weil sie möchte das ja, aber sie als Vergewaltigungsfantasie sie dann quasi nimmt. Also wir wissen nicht, ob da ein Zusammenhang ist, aber der Film ist in der Reihenfolge so, ab diesem Moment werden die Träume eben, dann wird er aktiv und bringt dann tatsächlich um oder sorgt für den Horror im Film. Genau, weil seine Gefühlswelt verknüpft ist mit den Träumen, mit den Erscheinungen. Das ist meine Theorie. Ja, das ist meine Theorie, denn das ist dann tatsächlich der Auslöser, warum dann diese Brutalitäten stattfinden. Ja, das macht Sinn, das finde ich sehr einleuchtend tatsächlich. Ist da nicht auch der Teil, ist das vor oder nachdem die Träume eskalieren, wo seine Ex-Frau ihn dahinter geht mit den Studien? Weil da wallt ja dann auch so eine Wut in ihm auf. Das ist danach, da ist schon alles in, ich glaube das war kurz nachdem er dann aus dieser Agentur raus ist und dann hört man ja nur diesen markenschütternden Schrei und dann sitzt er da und dann liest er, dass sie Intelligence benutzt hat. Ein Wort, was ihm wichtig war, dass sie es nicht benutzt hat. Was er vor 30 Jahren geprägt hat, aber niemals patentieren ließ, das ist ja eh der ganze, ja also überhaupt finde ich es auch toll, dass er, was ist er, Evolutionsbiologe? Ist er Evolutionsdozent für Evolutionsbiologie? Ja, irgend sowas, ja. Und die ganze Zeit. Verhaltensbiologie oder so, glaube ich. Genau, und das ist ja lustig, weil das kommt so oft vor, ich glaube es ist ein, zweimal, vielleicht, ja, er nimmt das auch immer als, auch bei der jungen Frau aus der Agentur als Auffänger, um ins Gespräch zu kommen, weil darin fühlt er sich ja sicher. Ja, und er erzählt immer von den Zebras, die in der Herde sich sicher fühlen, weil ein einzelnes Zebra zu sehr hervorsticht und direkt vom nächsten Predator gerissen wird. Und das ist so krass, weil Paul Matthews ist ein Zebra und wäre so gerne keins, aber er ist ein Zebra. Ja, und wie du sagst, dadurch, dass er dann in den Träumen ist, sticht er plötzlich raus und erst, er sagt doch in seiner Vorlesung, wann sollte man denn rausstechen, klar, um sich zu paaren. Und dann kommt diese Paarungssituation, in der er in einem Sextraum auftaucht und da versagt er. Und dann hat er es nicht geschafft, durch sein Herausstechen es zur Paarung zu nutzen, sondern er wird dann eben gerissen. Also so habe ich auch die Metapher von diesen Zebras verstanden und dem Herausstechen. Genau, und er kann eigentlich nur in der Masse verschwinden. Er ist dafür gemacht, ein Zebra zu sein, aber er wäre halt so gerne keins. Aber auch diese Tragik, das können wir doch alle auch verstehen oder dass man manchmal viel mehr will, dass man in einem Gespräch cool sein will und dann ist man es nicht cool. Oder man will endlich, man hat die geilste Buchidee, aber man schreibt dieses Scheißbuch einfach nicht. Ja, und dann schreibt jemand anders es. Dann schreibt es jemand anders. Weißt du, wie oft mir das schon passiert ist, Schlöger? Bestimmt schon zehnmal. Ja, und was ich noch kurz Rino fragen wollte, weil MJ, du hattest gesagt, dass er durch sein Verhalten noch unsympathischer wird. Und ich finde eigentlich, sein Verhalten, wie er damit umgeht, ist nicht klug, aber menschlich habe ich es total verstanden. Und dann war diese Unsympathie bei mir nicht so stark. Wie war das denn bei dir Rino? Hat er für dich sich auch in Anführungszeichen völlig falsch verhalten und wurde immer unsympathischer? Finde ich schwer mit Sympathie, weil sympathisch ist er eigentlich nie. Aber man hat ihn am Anfang schon bemitleidet. Also man war schon, man konnte das ja verstehen, warum er es wollte. Durchaus. Also das wird ja eher noch ein bisschen schlimmer mit dem Mitleid. Was halt die besondere Tragik ist dann, ist in der Situation, wo er dann im echten Leben dann tatsächlich aktiv wird, da verursacht er dann Katastrophen, die halt auch nicht sein sollten und die dann weiter zu seinem Sturz, zu seinem Fall beitragen noch mehr. Also er darf ja nicht an die Theatervorführung von seiner Tochter gehen, weil in der Schule alle Angst vor ihm haben. Und da sagt er da mal, nee, das lasse ich jetzt mit mir nicht mehr machen und gehe da hin und löse dann Dinge auf, die halt, die dann noch weiter schlimme Sachen auslösen, die dann noch weiter dazu beitragen, dass die Gesellschaft ihn hat. Weil er hat ja wirklich nichts gemacht. Er kann ja nichts dafür, dass er in diesen Träumen auftaucht. Und er kann auch vermutlich nichts dafür, dass er dann alle Angst vor ihm haben. Und da verstehe ich diese Wut und diese Frust schon, diesen Frust schon. Wie schlimm ist das? Und was wir vorhin auch gesagt haben, ich glaube, Rino, du hattest es gesagt, dass man manchmal gar nicht weiß, ob das, was man sieht, ein Traum ist oder nicht. Und das fand ich einen total klugen Kniff, weil du später, als die alle Angst vor ihm haben, weil er sie ja umbringt oder vergewaltigt oder was auch noch Schlimmeres in seinen Träumen. Und wir dann so Szenen haben, in denen wir jetzt nicht wissen, ob er jetzt gerade der Traum, wie heißt die Figur? Paul. Paul. Ob jetzt der Traum Paul ist und gleich alle umbringen wird oder ob es der echte Paul ist. Und wir als Zuschauer, die im Kino sitzen, sind dann auch schon so ein bisschen beklemmt und wissen nicht, ob wir jetzt Angst vor ihm haben sollen oder nicht. Und das fand ich total klug gemacht vom Film, dass wir so verstehen können, wie es den Leuten geht, die ihn dann im echten Leben sehen. Ja, das fand ich auch sehr raffiniert gelöst. Die erste von diesen Traumszenen, wo er dann als Albtraumtäter auftritt, die ist sehr unklar am Anfang, weil die auch thematisch dann dazu passt, was ihm vorher irgendwie passiert ist. Und da ist man dann tatsächlich erleichtert, als sich das auflöst. Ja, genau. Die ist auch ein bisschen länger als die anderen. Und dann ist es so ein bisschen so eine Montage und die macht irgendwie fast schon wieder ein bisschen Spaß, ihn da in diesen ganzen Situationen zu sehen. Und dann kommt auch noch die Stelle, wo er verfolgt wird irgendwie, wo man auch relativ lange nicht sicher ist, wie das jetzt ist. Und ob der Film einfach tonal jetzt komplett umschlägt und dann sind es dann aber doch die Traumsequenzen. Und dann schlägt er aber tonal nochmal komplett um, als dann diese Kommerzialisierung von dieser Technik. Ja, das fand ich das, was ich richtig doof fand. Ja, und das meine ich mit der Mehrschichtigkeit, die dann reinkam. Also irgendwie finden sie ja dann raus anscheinend, wie dieses System funktioniert und beuten das dann kommerziell aus. Also ich verstehe, wo das in der Metapher dann irgendwie hinpasst mit den Social-Media-Sachen und dem Hochmut von Influencern und deren Fall teilweise selbst verschuldet, teilweise nicht. Und dann kommt irgendwann die Kommerzialisierung von dem Ganzen, wo man dann selber überhaupt gar nichts mehr mit zu tun hat. Aber das kam so ein bisschen komplett aus dem Nichts und das wird dann ja auch so als Werbefilm irgendwie erstmal inszeniert und ist von der Stimmung her komplett anders. Hat dann, ich weiß nicht, kennt hier jemand noch diesen Existenzfilm von den Anfang 2000ern, glaube ich. Der war so ein bisschen mit der Virtual-Reality-Matrix-Welle, ritt der, glaube ich, so ein bisschen mit. Und dann manipulieren sie auch irgendwie so die Realität mit so Videogame-Controllern aus Fleisch. Und an sowas hat mich dann dieses Gerät auch nicht. Was? Wie ist der Existenz? Ja, ist total abgefahren. Ewig nicht mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob der cool ist heute noch oder ob der Quatsch ist. So im Dialog ist er nicht mehr auf jeden Fall präsent. Aber daran hat es mich sehr erinnert, weil diese Geräte, die man sich da um den Arm schnallt, die sehen so ein bisschen ähnlich aus. Die sind ja auch irgendwie so, das sind nicht so Computeruhren, sondern irgendwie so ein Glibber-Ding fast schon aus Silikon oder so. Ja, aber bei diesem Tool und diesem Ding hatte ich das Gefühl, das musste eingeführt werden, damit wir das Ende irgendwie hinkriegen mit seiner Frau. Und da war es wirklich so, ich habe den ganzen Film angenommen und gesagt, okay, das passiert jetzt, der taucht in den Träumen auf, akzeptiere ich so. Aber diese Werbung, dass man dann was entwickelt hat, um in den Träumen von anderen aufzutauchen und das nehmen Leute auch einfach so an, das habe ich nicht abgekauft. Ich habe gesagt, nee, das dürfte man nicht machen, das würde niemals funktionieren. Aber der ganze Film ist Fiktion. Ja, aber weißt du warum? Weil die halbe Bevölkerung ja eine Traumatherapie braucht, weil Paul einfach überall rumgeslaughtert hat. Und das ist ja das Versprechen gewesen. Denn dieser Dream-Ring-Armreif, was auch immer, diente ja dazu, dass du keine unerwünschten Besuche mehr bekommst und Albträume sozusagen. Ach so. Richtig. Also man hat aus diesem Phänomen, was ja keiner erklären kann und völlig willkürlich auftrat, hat man, haben andere Menschen, nicht Paul Matthews, aber andere Menschen haben die Pionierarbeit geleistet und haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Die haben das verdammte Buch geschrieben, was er halt nicht schreiben konnte. Ja. Und das ist der Punkt. Und er ist selber ja, er ist ja selber am Ende selber Konsument dieses Rings, damit er wieder in sein eigentlich total solides, mittelmäßiges Leben zurückkommt, was er von Anfang an hatte, aber was er letztendlich, was zerstört wurde. Ja. Also ich fand, aber ich fand halt, das wollte so viel. Also am Ende wollte das so viel. Diese Schichten, die sich da drüber gelegt haben. Ich fand auch diese Endszene mit ihm, das meine ich halt, dass er sich nicht weiterentwickelt hat. Er war halt unten in diesem, in dieser Absteige in Paris oder in Frankreich, denn nur noch in Frankreich hatte er ja irgendwie noch einen Rest-Hype, der irgendwie vermarktet werden konnte und dann hatte er endlich sein Buch geschrieben. Aber worüber handelte dieses Buch? Es handelte nicht von der Evolutionstheorie oder Verhaltenstheorie, sondern es handelte davon, dass er ein Freddy Krüger sozusagen war. Das ist seine Legacy. Und dann tropft oder blättert er die Decke auf ihn runter, während er da Signierstunden macht. Also nicht horrormäßig, sondern da geht einfach was kaputt. Ja, 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 genau. Während er die Signierstunde dann für irgendwelche Leute macht, die dieses dünne Buch, er sagt ja auch so, oh, das ist nicht dicker. Nee, das ist ganz dünn. Also dieses dünne Buch verkauft und letztendlich bleibt ja auch offen, also wovon will der denn noch leben? Also das ist also alles, was geblieben ist. Von seinem Leben ist einfach nur dieses dünne Buch geblieben. Daher fand ich, das war volles Drama. Ja, aber es ist halt die Frage, wie viel er dazu beigetragen hat. Es ist ja einfach alles passiert. Es ist ja passiert, genau. Und hätte er das groß ändern können, wenn er sich ein bisschen besser verhalten hätte, das weiß ich ja nicht. Ja, aber liebe Freunde, wir rauschen hier auf die 40 Minuten zu. Das heißt, ich würde das hier langsam zum Ende bringen. Finde es aber schön, dass wir den Spoiler-Teil bzw. Analyse-Teil drangehängt haben. Denn ich hatte eine kleine Erleuchtung, als du MJ gesagt hast, dass dieser Armreif quasi auch wie das Buch ist, das er nie geschrieben hat. Das fand ich eine schöne Metapher. Also die Situation besser ausgenutzt hat. Deswegen, ich frage euch jetzt noch mal kurz, ob ihr hier noch irgendwas, ob euch hier noch irgendwas schnell durch den Kopf springt oder ob wir das hier jetzt langsam zu Ende träumen können. Lass mal zu Ende träumen jetzt. Ja, lass mal aufwachen. Okay, das heißt, ich setze noch meinen Werbeblock hinten dran. Ich habe auch schon für Tele-Stammtisch beworben, gerne auf Social Media auch überall folgen und andere Podcasts anhören. Da werden noch Tausende kommen. Wir werden euch auch in euren Träumen verfolgen. Dann sagt zuerst die MJ Schluss, dann Rino und dann setze ich mich, der Egoist, der ich bin, einfach hinten dran. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, danke für die Zeit mit euch hier. Das war sehr erleuchtend tatsächlich. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Film. Je mehr man drüber redet, umso besser gefällt er mir dann doch auch wieder. Aber ich war nicht sicher. Aber er gibt auf jeden Fall viel Material und ich hoffe, auch unsere Zuhörer werden da Gelegenheit zu haben. Wunderbar. Dankeschön. Ja, hier mein kleiner Werbeblock. Ich bin Schlogger, Autorin und Comiczeichnerin. Ihr findet meine Sachen auf Schlogger.de oder kauft sie einfach direkt im Schlogger-Shop, damit ihr nicht träumen müsst, wie meine Bücher so aussehen könnten. Da findet ihr sie direkt oder eben auf Social Media unter dem Handle The Schlogger. Und zwar auf allem. Ich zähle das jetzt nicht auf. Euer Social Media, da bin ich, da könnt ihr mir folgen. Bitte nur da und nicht in den Träumen. Und das war jetzt meine letzte Traummetapher, die ich hier gezogen habe. Wir hören uns bei der nächsten Besprechung und danke, dass ihr bis hierhin dabei wart. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.